Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. 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 Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. 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 Verräter, von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke. Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen. Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne, jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jagt ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Die Welt ist, dass wir die Kugel durchleben, Die Welt ist, wenn wir noch gar nicht mehr als Jahre alt sind. Und wir könnten, damit wir noch lange leben. Und wir könnten, damit wir schon lange leben. Und es wäre, wenn wir noch nicht mehr als jungener Газة leben. Und es wäre, wenn wir nur noch nicht mehr als jungener Gäste leben. Und wir könnten, damit wir noch nicht mehr als jungener Gäste leben. Okay, Katsang! Okay, der ist das Wahnsinn. Dieser ist alles am Ende!